Die Räuber im Deutschen Theater Die Räuber im Deutschen Theater mit uns Eine genau richtige Einstellung, Ludwig Mann, Schillers berühmtestes Werk Sein erstes Drama Es geht um die Epoche des Sturm und Drang Das Aufbegehren der bürgerlichen Jugend Herr Kuhn wird uns beknien, Hamlet und Shakespeare Gleichzeitig auf der großen Bühne zu machen Ja! Hier ist ein Brief An das Ensemble Die Räuber Hier steht Ihr seid der Energie einer Räuberbande im Schillerschen Sinne nicht Nichtwürdig Na, ihr seid ja noch jung Ihr dürft Fehler machen Aber wenn wir Fehler machen Dann heißt es, siehst du, kannst du nicht, machst du nicht, schaffst du nicht, scheißt du Immer wenn mein Herz nach dir ruft Und es fängt in den Straßen in mir drin Befehle ich, meine Armee alles zu tun Um es wieder zum Schweigen zu finden Haltet ein, ihr Verräter Denkt an die böhmischen Wälder Hört ihr An die böhmischen Wälder sollt ihr denken Kindern Nein Aber Es gibt Wir haben